Es war einmal ein König. Er liebte zum Trinken das Feuer, Wasser, einen blauen Menschen. Frohsinn und Lebensfreude. Luft zum Atmen. Jetzt halt doch mal die Klappe! Er faselt dir irgendetwas von einem langen Korridor. Ich kann ein schwaches Licht sehen. Und da sind menschliche Stimmen, wenn auch ganz leise. Am Ende werden wir alle wieder zu Dosenöffnern recycelt. Blechbüchse sei wachsam! Es ist besser, ein zufriedenes Schwein zu sein, als ein zufriedener Sokrates, oder? Woher hast du denn dieses Zitat? Oh, der Major! Oh, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, Major! Guten Morgen! Habt ihr irgendwo ein Kino gesehen? Ja, dort drüben. Ach so. Ich danke euch. Dafür müssen Sie uns nicht danken, Major! Das ist ein Kino. Ein Kino. Psst! Das ist ein Kino. Was machen Sie denn hier? Das ist ein Kino. Das ist ein Kino. Das ist ein Kino. Ach, Sie sind es, Major. Das ist ein Kino. Was für ein Zufall. Dieser Film ist wirklich fantastisch. Das ist ein Kino. Das ist ein Kino. Das ist ein Kino. Oh, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich sitze hier zwar nicht im Kino, dafür am Schneidetisch. Und ich mache mir gerade Gedanken über einen Film. Den Anfang habe ich schon fertig, den haben Sie ja gerade gesehen. Sie bestehen aus 70 Einzelteilen. Das ist eine Eins mit 30 Nullen. Jeden Tag scheiden etwa sechs Mitglieder aus diesem gigantischen Konzert aus. Alle fünf Tage erneuert sich zum Beispiel Ihre Darmschleimhaut. Ihre Mitarbeiter kommen und gehen lautlos rund um die Uhr. Alle paar Wochen ihre Leber. Jeden Monat ihre Haut. Und jetzt wird auch klar, was passiert. Sie entwickeln sich mickrig, leiden ihrerseits an galoppierender Schwinnzucht. Und da Sie nicht sprechen können, machen Sie sich anderweitig bemerkbar. Durchfall und organische Leiden. Und zwar täglich. Aber keine Angst, einen Beitrag dazu habe ich schon fertig. Äh, hier. Es ist bekannt, dass die Verwertung von Nährstoffen stattfindet. Durch die Leberaktivität fallen Schlacke und Schadstoffe an, die ausgeschieden werden müssen. Dies geschieht über die Nieren, über den Darm und durch Schwitzen über die Haut. Das ist ja die letzte Scheiße. Ja, ein ziemlicher Haufen. Und wissen Sie, wie lange das gedauert hat? Na, Sie wissen schon. Tja, und jetzt? Hat er Ihnen gefallen? Dann werden wir alle dieses Kino verlassen. Das ist ein Kino. 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 Und was für einen Film haben Sie gesehen? Es gibt einen Film, dessen Geschichte mittlerweile Kultstatus erlangt hat. Manche waren sogar so begeistert davon, dass sie es aus eigenem Antrieb nicht mehr schafften, das Bewusstsein wiederzuerlangen und so lange eingeloggt blieben, bis sie schließlich starben. Jetzt halt doch mal die Klappe. Halt die Klappe. Die Klappe. Die Klappe. Das ist ein Kino. Na, das ist ja mal was ganz Neues. Wenn ich mir einen Film wirklich ansehen möchte, gehe ich lieber allein ins Kino. Tja, den nächsten Beitrag habe ich auch schon fertig. Da geht es um Spinat. Hm. Ich kann ja zaubern. Peter Lustig kann nicht zaubern. Tschüss.